mal schauen kann ich überhaupt schon wieder was neigseln Schildblock, blau fasl, ob 28 kam ich denn erst schaut ja, keims, jetzt haben wir dreimal verfüllt, jetzt reicht es mir langsam also, moana ja, passt, schlüsst mich dran ich bin unbesiegbar ja, bei mir hat es sich gerade aufgehängt was? oder? auch nicht ja was ja verbindung zum servicer brauchen was machst du in dein mts, verschwind die machen ich finde meine Handschuhe schon neil aus weiße Handschuhe mit rote Fingern kann schon was was das ist ja nicht mehr davon anfangen, oder? ja ja, anfangen ich schreibe gerade Schabraten DC Deutsch ja, seit 15 habe ich ihn ja, der ho ist ja, der hol ist oh, gar hey, willst du mir verarschen, dass der einen Basmus disconnect hast? so, dass du es versteht, dass ich wieder da bin Ja, besser kann ich als er, äh, wohl. Ja genau, er hat mich nicht überrissen. Wir sind ja höflich. Schabra, weil Leute leiten nicht aus, echt. Ja. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, das ist ja auch nicht. Ich brauche mehr Wut. So, schauen wir uns dann einmal Schaden gemacht für Hogger an. Schaden gemacht. Momentan mein Kampf. Geil. Kälteisenhacke. Dient auch eine Spitzhacke. Du musst mehr Damage machen. Ich bin bei 9.70 DPS, du bist bei 73. Klar. Die anderen Quests gehen wir natürlich erst drüben abgeben. Ist eh wieder klar. 20, 19, 33, 61. Oh, ich habe vergessen. Hallo? Schönen guten Tag. Wo rennen die anderen hin? I don't know. Ich kenn's nur so weit. Ich schaue mal um, was die tun. Ach so, sie haben einen Feuerkern verpasst. Verpasst. Ja. Nein. Ich gehe gleich, wenn ich auf Masse. so wir sind wieder in storm erwähnt so kathomol passt so gut da sind wir wieder wir haben uns dazu entschieden jetzt wird ein bisschen weiter zu questen die zwei quests für die so jetzt haben wir es vergessen was für quest haben wir gebrauchen tiefgräuter oder wie die heißen ja genau die tiefgräuter tiefsägräuter auf jeden fall die komische Innie halt die haben wir jetzt gleich gebrauchen und scherzend noch mal einige jede Innie auch mal das reicht äh ja und jetzt fliehen wir gerade nach Sumpfland zur Fliesmeißelsmessstation ich glaube schon mal was da so gibt irgendwas ist da unten anbrennt mhm hat halt wieder wie eine Kippen weggekaut mhm äh sehr blöd so questlog folge ich die quest fürs rockern beginne die brauchen wir ja auch nicht mehr als brüch ich die glorie an ja ist lang gleich schon demo wald brüch ich dann auch an ja und das läuft die eine quest musst du lagen gell mit der liebe legt in der luft für ein geschenk ja ja weil sonst kriegst du Glücksbringer nicht mehr aber der für die hohe Priesterin wo wir sicher in nächster Zeit nicht hinkommen werden ja der Nasus genau den hab ich ja der Altar der Stürme äh ein wunderschönes Objekt ich finde ist so ah der na ist das das? ist das das da wo's dann immer so viel äh Elis angreifen und du das verteidigen musst? ja ob ich weiß gar nicht ja ob jedenfalls dort hab ich als Hexenmeister mein Ed damals krieg oder über irgendwelche Quests und so weiter und so fort ja das musst du jetzt alles nicht mehr na so wie es da nicht mehr deine Verdammniswache questen muss sondern du dich einfach kriegst oder hast mhm feinerlei damals war es wenigstens nur lustig Apropos Höllenfeuerreste nachher gehen wir sicher die questen oder? in die verwüstete Lande hm lass mich überlegen der ist dort drüben oder? oder da unten oder da links? dunkles Portal nehmen wir einen Schlingendandal ah da unten ja das gibt's ja fast keine Quests wieso? sieh ja das ist alles komplett neu gemacht es ist nicht mehr nur Wüsten gut dann können wir hinschauen dann ist das oh Ironforge ja das dauert dann ein bissl Büssi ist gut mindestens die doppelte Zeit nein mehr sogar meiniges mehr Ironforge 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 jetzt magst du's auf einmal letztens hast du's geflucht darüber ich mag's nur immer neid ich flucht nur zwei unter außen schaut's recht geil aus aber beste Stadt ist und bleibt nur immer Ander City nee Argrima okay aber alt Argrima so wie's vor der Verwüstung ausgeschaut hat ich find Ding ist und bleibt nur immer die beste Na Ander City das mit dem grünen Schleim da ja mit dem Fluss das ist traumhaft schön grauslegst traumhaft schön sicher hast du an so'n fetten Wurm da presst du mal bissl was aus Klass und was denkst du grad? Ander City Wurm der Dreh ist ein fetter Wurm wo der grüne Schleim herkommt ja genau aber die Alche ist hinten ja wer hat denn jetzt hab ich zwar noch nie überrissen für was das sein soll oder ob das ja für was das sein soll für was ist denn die grüne Suppe in dem Bauch drüber Ander City das ist ja genauso für nichts also würde Ander City gut ausschauen wenn's mit Ding wär mit Wasser? ja genau oh Tempel des Zwielichts oder keine Ahnung wer der heißt Bastian des Zwielichts Bastian des Zwielichts hartes Wanderseiten sieht man nämlich knapp oder bissl nur aber man sieht's bissl ist da das ist geil wenn ich schräg drauf schau sieht ich es ganz also fast ganz wenn ich grad drauf schau gar nicht ich weiß das ist okay juii gehen wir nach in die Baseländer bestländer westliches 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 also na gut das dauert ein bissl 5,3 sind die überhaupt für alle so? ach so gar nicht das ist ja alle undworte gell? können wir gell? dann erst wie gesagt sumpfland dann arati hochland hinterland und dann westliche östliche können wir machen nur bloß bitch nicht schlingen dort aha 100.000 quests wir gehen das im geist gleich bin ich nah gerannt ja genau da müssen wir nicht unbedingt hin so grüne quests ja geht schau unter die kleine königsblut so was ich nicht fahren kann lord wir fangen mal wir fangen mal oh das müssen wir mal tun da 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 ja eigentlich mal elementare töten und kupfer hoppa los list ist so es ist ich muss näher ran es ist das ist das ist es ist es ist es ist es ist